Ja, lass mich hinaus. Ich würde gerne weiter erkunden. Karfunkel. So, Salinas Raum ist gleich hier um die Ecke. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich hoffe natürlich, dass sie es nicht ist. Aber andererseits, es spricht schon was dafür. Und das wäre... Ich fände es persönlich schade, weil ich habe die schon von Anfang an gemocht. Und ich war auch sehr erfreut, dass ich sie hier gesehen habe. Von daher hoffe ich einfach mal nicht, dass sie es jetzt hier irgendwie ist, ne? So, Salinas Raum müsste dann da vorne irgendwo sein. Hallo, was ist eigentlich mit dir? Bei allen Mächten. Wer ist Char? Überfall, Einbruch. Talent Heilkunde. Balsam Salabunde. Ich habe doch gar kein Balsam Salabunde. Doch, habe ich. Ich würde gerade sagen. Ein Heiltrank. Habt Dank, Freund. Über das Leben gerettet. Aber was passiert? Ich sah eine Gestalt, die in das Quartier der Gauklerkönigin eindrang. Ich wollte dies den Wachen melden. Doch plötzlich traf mich ein Schlag von hinten und ich verlor das Bewusstsein. Wenn ihr nicht gewesen wäre, wäre ich sicher gestorben. Bei Angrosch. Hab Dank. Würdet ihr eure Geschichte vor dem Königengerecht noch einmal bezeugen? Die Gauklerkönigin wurde nämlich beklagt. Was? Die gute Salina? Natürlich, wir haben sie vor. Bis zum Drohensaal schaffe ich es noch nicht. Hier, schaut, da steht alles, was ich gesehen habe. Ich hoffe, Salina... Okay. Kann ich trotzdem zu ihr rein? Ja. Salinas Raum. Tür ist schon sehr niedrig. Oh, hallo. Oh, schicker Raum. Oh, einfach. Oh, oh, very nice, very nice. Look at them apples. Hier gab es nochmal ein ordentliches Aufgelager, würde ich sagen. Das ist sowas wie Tetra-Pack. Dieses ist aber nicht. Ist so ein Dingens drin. Einfach mal reingehen, sich umschauen. Ich wollte gerade sagen, der Map-Switch da hier an der Seite müsste langsam mal kommen. Shake, shake. Aber ganz schön, viele Kisten. Sind das alles ihre Kisten? Sieht schon sehr cool aus. Jetzt ist mir nur gerade aufgefallen, die Wand hier, das ist ja... Das sah so aus, als wäre das hier 3D, aber das ist ja alles genormel-mapped. Gebammt-mapped. Sieht sehr schön aus. Auch diese Kerze hier mit dem Effekt. Ach, ach, ja. Tragen-Sang ist echt schön. Aber hier gibt es leider nichts. Zumindest habe ich nichts gefunden. Schade, schade, aber cool. Schicker Raum. Nochmal eine Tür. Aber um die soll ich ja reden. Ja, das ist wohl. Ich bin eigentlich sehr geschäftig im Moment. Ich störe euch nicht lang. Wer bist du denn? Ich störe auch nicht lang. Wer bist du denn? Erst nur kurz nicht stören wollen und dann mich mit Fragen vom Arbeiten abhalten. Also um eure Frage zu beantworten, mein Name ist Ungrimso und ist Urgrin. Und ich hoffe, das befriedigt eure Neugier. Kennst du vielleicht Salina? Immerhin ist es ihr Quartier hier. In der Tat, ich habe die gute Gauklerin eins auf einer Reisen getroffen. Sie hat mich sofort in ihr Herz geschlossen, weil ich befließen und sorgsam bin und wir uns gut ergänzen, würde ich sagen. Ja, das wird es wohl sein, wenn ich recht überlege. Seitdem helfe ich ihr jedenfalls mit allem Möglichen und schon gut, das reicht. Ich habe noch eher noch eine andere Frage. Ja, und soll ich euch nun Rede und Antwort stehen oder nicht? Wenn ihr nur an knappem Ja oder Nein interessiert seid, dann sagt das bitte vorher. Ich habe bei Angrosch auch noch andere Sachen zu tun und würde gerne vorher wissen, ob wir den ganzen Tag stehen werden oder nicht. Du verwaltest aus Salinas Besitz, oder? Ich würde gerne einen Blick auf ihr besonderes Kleid werfen. Ich glaube kaum, dass euch dieses Kleid stehen wird. Und außerdem, ich habe eigentlich ganz andere Sachen zu tun und mir rennt die Zeit davon. Erst diese endlosen Unterhaltungen mit euch und nun soll ich auch noch dieses Kleid raussuchen. Was soll ich denn noch zu meinen eigentlichen Aufgaben kommen? Aber ich verteidige Salina im Prozess bei König Ambrolosch. Oh, sagt das doch gleich. Ich rede den ganzen Tag über diesen Dastansch und gleich zum Punkt zu kommen. Natürlich helfe ich euch gerne. Aber wie genau soll ich das Kleid dann helfen? Das Kleid ist ein Beweisstück in dem Gerichtsverfahren gegen sie. Ich brauche es, um ihre Umschuld zu beweisen. Umschuld. Hier habt ihr es. Aber warum sollte ausgerechnet das ein Beweisstück sein? Sie hat es hier nie getragen. Seht ihr? Es ist sauber, gebügelt und ungetragen. So wie ich es einst gewaschen habe. Und außerdem... Moment mal. Seht, jemand hat ein Stück Stoff draus geschnitten. Ach du liebe Nase. Siehst du? Wenn du mal nicht verdächtig wirst... Verdächtig? Wenn das mal nicht verdächtig ist. Dank für deine Hilfe. Und deine kostbare Zeit. Dann gehen wir wieder raus. Aus dem schicken Zimmer. Nach dem Buh-Roloch wieder. Und dann hoffentlich zurück zum König. Können wir das jetzt? Mal kurz in den Quest gucken. Ein von der Verdacht. Der Stoff ist in der Einbruch. Das muss ja sowieso zurück. Genau. Ich habe ja dem einen Dienstag auch helfen. Absichtlich ist es. Ich habe ja mit dem Kerl gelabert. Jemand will die Gaukel rinnen. Der Kleiderfetzen wurde gestohlen. Hm. Ich nehme die Sache in die Hand. Hier ist dieser Anruf. Oh, genau. Das Licht da oben ist so geil. Na ja. Dann machen wir uns mal wieder. Ich finde übrigens, dass die Strecke... Also ich habe dem jetzt hier mal einen Heiltrank geopfert. Ich finde nicht, dass die Strecke jetzt so lang ist, dass man sie nicht hätte laufen können. Na ganz ernsthaft. Der hätte auch einfach hier runterspringen können, weil ich das nicht kann. Weiß ja noch lange nicht, dass er das nicht können muss. Weil hier geht es doch zum Thronsaal. Na ja. Na ja. Na ja. Nun denn. Ja mei. Da ist Wasser. Leute, ich will euch nicht aufhalten, aber ich muss nochmal kurz hoch zu oben. König. Ja mei. Die kommen ja gar nicht zum Reden. Ich überspringe das einfach gleich alles. So, Meister. Ah, nee, nee. Aromenbusch. Kann ich hier. Hast du schon... Okay, dann muss ich zu ihm gehen. Seid gegrüßt, Wahrheitsfinder. Wie gehen eure Ermittlungen voran? Ich gehe noch einigen Spuren nach. Ich komme wieder, wenn ich Beweise gesammelt habe. Ich habe doch Beweise gesammelt. Ich habe doch... Hier irgendwo eine Zeugenaussage. In diesem Siegel schickt die Aussage, dass zu... Ja, wem soll ich die jetzt geben? Hier, du. Ja? Äh, du? Ja, blöd. Wieso kann ich denn nicht einfach diesen Quest-Gegenstand nutzen? Ist ja blöd. Was ist denn der Scheiß? Jetzt bin ich hier umsonst reingelatscht. Ich glaube... Ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, ich muss noch eine Pause machen. Eine kleine Aufnahme-Pause. Ich hoffe, das ist okay. Also, muss jetzt eigentlich die ganze Zeit... Deswegen erinnert mich übrigens an Amnesia hier, diese runterhängenden Teile, ne? Ich gehe jetzt nach Morolosh rein. Dann machen wir eine schicke Aufnahme-Pause. Ja, will ich. Und zwar deswegen, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe auf dieses ewige Rumsuchen und eigentlich, ähm... Nein, das ist nicht Rumsuchen, aber es ist so, die Quests, die ich momentan habe, sind, äh... Ja, also, das Bierlager ist, ähm... Ich war drin, ich habe gegen die Ratten gekämpft, aber ich klicke diese Teile nicht auf. Sprich mit Krimbad. Ich muss mal schauen, kann ich nicht vielleicht aus dem Morolosh wieder zurückgehen? Kann ich vielleicht... Ausgang Kosch? Kann ich nicht zurück zum Kosch und dann wieder nach Morolosh kommen? Wenn das jetzt geht, dann spiele ich noch weiter. Weil wenn das gehen sollte, was ja durchaus der Fall sein kann, dann würde ich einmal zurückreisen, mir ich ein... also erstmal Zeug ablegen, mich eindecken mit Shirt und mit dem ganzen Shirt dann, ähm... Ja... Alles knacken, was ich finde hier. Ich hoffe, ich darf raus. Cool. Cool. Das stelle ich mir lustig vor bei der Aufnahme. Naturhöhlen-Erkundungs-Truppe. Vollwand-Verfestigungsholz. Sargen-Erweiterungs-Werkzeiten. Jawohl, Verdichtungs-Standbach. Cool. Rampenseiten-Verstärkungs-Streme. Ja. Erdruck am Ortsagerstelle. Enkeltochter-Gobstags-Feierkuchen-Stück. Das muss ich mir merken. Reutz-Verstrebungs-Mittelstein. Mieten-Leder-Wachs. Zweier. Armbrust. Das ist also eine Art Endlosschleife. Falsch. Armbrust endet auf T. Ah, ich komme also wieder zurück. Dann... Preisplatz. Zu denen komme ich nämlich nicht mehr zurück, aber ich komme wieder nach Talon. Und ich komme nach Murolosch. Und ich komme natürlich hier nach Fairdock. Das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. In Drakensank 2 kommt man immer wieder zurück. Und es gibt Schnellreise-Funktionen. Ja, ja. Schnellreisen. Hauptsache, ich wurde jetzt nicht aufgehalten auf der langen Reise. Und sonst bei den kleinsten Reisen werde ich aufgehalten. Ah, ja. Hier bin ich. Hallo. Nice-Bag-Arbeiter. Ja. Also bei zwielichtigen Gestalten kann man ja in der Regel einkaufen. Habe ich ja mitbekommen. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Also... Egal, ich muss auf jeden Fall erstmal heim. Und eine Menge Shit abladen. Ich kann auch verkaufen. Fällt mir gerade auf. Ich gehöre mal hoch, 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 hoch. Wo kann ich denn hier? Ich habe doch gerade im Drakensank-Wiki gelesen, wo man die kurven kann. Krass, das ist 1 Uhr. Ich nehme das wahrscheinlich schon seit 3 Stunden auf oder so. Händlerin Viola. Wo hängt die denn rum? In Grafenstadt. Okay. Vielleicht hat man es gehört. Das war ein iPhone, das gerade ausgegangen ist. Nein. Tut mir sehr leid. Ich wollte es nicht. Ich werde jetzt mal hier dieses ganze zu lesen Zeug ablegen. Bei Ardo daheim. Daheim ist daheim. Ardos Anwesen ist daheim. Und dann kann ich auch in Grafenstadt mich heilen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich ja drauf. Hallo Auralia. Ich gehe mal in meine Lagerhalle hier rüber. Miau. Oh, Katzen. Ich mag Katzen. Äh. Wie? Äh. Ach, komm. Auf geht's. Äh. Die Truhe. Sie sh Thy. Die Truhe. Die Truhe. Wereetch. Vielen Dank.